So, wir machen weiter bei Cadence of Hyrule. Die Testaufnahme war wie immer synchron und in letzter Zeit war das das Spiel ja auch. Insofern hoffe ich, dass es das jetzt auch bleibt. Das letzte Mal haben wir den Gerudo-Abschnitt abgeschlossen. Dadurch haben wir jetzt... Was haben wir eigentlich da bekommen? Ach ja, den Fanghaar habe ich mir genommen. Ich glaube, es war der Fanghaar. Jedenfalls haben wir auch die Krafthandschuhe bekommen, mit denen wir Steine durch die Gegend... Ich meine, ihr habt es alle gesehen. Warum erkläre ich es überhaupt? So. Ich weiß es nicht. Aber die Trommel ist echt cool. Mit der Trommel können wir doppelten Schaden machen, wenn wir das... Wenn wir das wollen. Ähm, ich möchte jetzt... Guck mal, hier haben wir alles ab... Ich habe diese Treppe hier nicht gefunden, aber die scheint auch nicht relevant zu sein. Ähm... Ich würde gern weitere Bosse abklappern und dazu sowieso hier diese Gegend hier... Guck mal, da ist noch sowas und da ist noch sowas, da sind noch Dungeons. Ich denke, ich würde gerne diese Gegend hier jetzt mal versuchen. Das heißt, wir... Werden uns jetzt mal... Hier hochbegeben. Und dann versuchen, hier rüber irgendwie zu kommen. Ich weiß nicht, von welchem Raum aus das gehen wird. Wir werden sehen. Aber das sind auch noch ganz viele Herzteile und so weiter. Das ist so der Weg, den ich jetzt einschlafen möchte. Da ist noch ein Gegner. Jetzt nicht mehr. Aktuell bekomme ich zwei Diamanten, wenn ich jetzt nicht alles verkackle... Nevermind. Auf den letzten Metern. Gut. Aber wir müssen... Wir müssen ganz kurz einmal hier Getränke holen. Da-da-da-da. Gut. Vielen Dank dafür. So. Das war das. Komme ich hier nach links? Ja, perfekt. Da wollen wir ja hin. Und da ist dann wieder ein Boss und ein Herzteil und alles Mögliche. So, ich möchte den Raum mir trotzdem auch klären, weil das ist mein Rückweg. Achso, da rede ich davon, dass ich diese Trommel so toll finde. Und dann setze ich sie einfach gar nicht mehr ein. Ich bin sie. Ich bin auch schlau, ne? So. Was haben wir hier drüben? Da ist mein Herzteil. Gut, das kann ich mir jetzt ja ganz simpel sogar holen. Ich würde mal gleich sein. So. Hör auf, Hühler zu schlafen. Aber wo ist... Ach, da ist die Höhle. Jetzt sehe ich es. Ach, da ist noch ein Gegner. Gut, ab in die Höhle. Beziehungsweise, wir können doch gucken, ob wir hier noch mal Bienenbüsche finden. Aber guck mal, das ist auch interessant. Komme ich da hoch? Nein. Das ist wieder nur von der einen Seite, dann rückwärts. So, aber egal. Äh, achso, meine Bomben sind nicht mehr auf dem Platz. Jetzt sind sie noch auf dem Platz. Oh, es ist wieder so einer. Der scheint aber diesmal mit Bomben zu gehen. Weil das sind so Bombenflächen extra. Yes. Tschüss. Ja, das war ja super easy. Gut, wir kommen jetzt hier runter. So. Und wir bekommen... Drei Diamanten. Das war kein Item. Ich wollte ein Item. Aber okay. Wir haben den Boss. Ein Haken. Weniger auf der Karte. So. Hier kann ich auch rüber, ne? Wollte ich nicht. Genau, da ist zwar nur ne Truhe und so ein Dungeon, aber... Äh, also kein Dungeon, sondern, äh, nur ne Treppe. Aber da ist auch ein Portal. Und insofern... Ah, warte, das ist aber schon ein wichtiger Dungeon. Hör ja... Ah! Ja, 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 ja! Ja! A! Na, wie auch immer. Das habe ich gerade irgendwie richtig schlecht gespielt. Das habe ich gerade richtig, richtig schlecht gespielt, aber es ist egal. Was ist denn da dran? Ach, ne B... Was habe ich denn jetzt gemacht? Mal ein ganzer Bienenstock. Okay. Das hätte ich irgendwie anders machen können, wahrscheinlich. Ja, wie auch immer. So. Ach, guck mal. Das kennen wir schon. Wait, aber gibt es das dann einfach zweimal oder wie? Wie sieht das aus? Nein! Äh, gibt es das dann einfach zweimal oder wie oder was? Da ich gerade keine Schwebestiefel habe. Ach so, ich könnte natürlich den einfach... Okay. Ich hätte natürlich einfach über die Gegner drüber springen können. Ich habe ja den Sprung. Machen wir auch gleich. Ich mache nur kurz... Ich zeige nur kurz den Weg, den ich mir gerade überlegt hatte. So geht es nämlich auch. Ja, aber das hier wäre natürlich aufgegangen. Bin halt... Bin halt ein bisschen langsam gerade gewesen. Aber ist ja egal. Letztendlich war es wieder nur Rubine. Also nichts Wichtiges. Hier komme ich nicht runter. Das ist ja schade. Okay. Aber ich komme hier rüber. Aber da war ich schon. Da will ich im Prinzip auch gar nicht hin. Ist da ein Herz? Ah, was ist denn das jetzt hier alles auf der Karte? Ich muss mal kurz aufstehen. Ist das ein Herzteil? Nein, ist kein Herzteil. Ist auch ein ausgelöstes Ding. Also hier müssen wir runter. Hier unten ist eins. Da ist er dann. Ah, hier kommen wir hin. Wo ist jetzt noch ein Herzteil eigentlich? Guck mal, da sind aber noch lauter so Deko-Dinger. Das sind hier die Nüsse. Das wissen wir noch gar nicht, wo wir die abgeben müssen. Das haben wir noch gar nicht rausgefunden. Aber da sind zwei Bosse nebeneinander. Da ist natürlich noch ein Boss und ein Dungeon. Wir gehen jetzt mal auf diesen Kartenteil hier. Also rechts und drunter. Ach so. Rechts und drunter geht ja gar nicht. Da geht's ja nur zurück. Also muss ich hier ganz rum. Ich muss noch weiter rum. Mach dich weg. Hier komm ich rum. Nein. Da wollte ich jetzt nicht rein. Oh, Kakariko. Ach, hier ist ein Dorf. Ach so. Hier ist einfach mal ein Dorf. Ich habe einen verdächtigen Typen mit einer Laute drüben bei der Gruft gesehen. Da ist die Gruft der vierte Dungeon. Oh, ja. Guter Laden. Machst du schon in der Schießpool? Oh, gehen wir gleich hin. Wenn du gut mit dem Bogen um kannst, kannst du dort tolle Preise gewinnen. Ja, kann ich. Okay, alles klar. Danke fürs Gespräch. Ja, nochmal. Wenn ich nicht solche Angst vor Geistern hätte, würde ich der Sache auf den Grund gehen. Alles klar. Dann ist hier vielleicht die Schießbude. Ne, die wird woanders sein. Doch, da ist die Schießbude. Besitzt du zufällige Kraft? Ja. Damit kann man angeblich noch viel mehr als nur Felsen hochheben. Ja, ich habe schon alles mögliche hochgehoben damit. Das geht übrigens nicht. Das geht auch nicht. Kann ich dich hochheben? Ich wünschte, ich würde Abenteuer erleben wie du. Macht sicher Spaß. Absolut. So. Also gut, gehen wir mal Bogen schießen. Komm, nein, schießen. Jawohl. Ja, machen wir. Yes. Wahrscheinlich gibt es einmal die Bogentasche und dann einmal das Herzteil oder so. Nein. Yes. Gott, bin ich schlecht. Aber ich muss doch auch Dinger treten. Einfach aus. Das war ja wohl nix. Das war ja wohl gar nix. Okay. Ja, los. Ich muss die Truhe treffen, auf jeden Fall. Aber es kommt halt keine mehr gerade. Da ist eine. Da ist mein Herzteil, okay. Aber gibt es dann doch keinen größeren Köcher oder sowas? Was einfach nochmal? Wahrscheinlich gibt es dann, wenn man jetzt wieder gut ist. Oder auch nicht gut ist. Das ist wieder richtig schlecht gerade. Egal, dann gibt es wahrscheinlich nix anderes. Egal. Passt. Gehen wir weiter. Herzteil ist wichtiger. So. Speichern wir hier. Was hast du zu erzählen? Hast du das gerade gesehen? Aus dem Büsch ist eine Biene gekommen und hat mich gestochen. Böse Biene. Ich hatte mal eine Biene als Haustier. Die hat mich gegen die Monster verteidigt. Wirklich wahr. Ja, es hat aber schon festgestellt, dass das passiert. Ist hier der Bursch? Okay, es ist einfach kein Bursch da, der das macht, was er sagt. Unterschätzt nie den Wert einer leeren Flasche. Ja, gib mir eine. Ja, gib mir eine. Komm, gib mir eine. Nein, ich will eine Flasche. Die können dir vielleicht den großen Feen helfen, fast ich sie finde. Ja, ja, da kann ich sie aufrüsten. Ich weiß. Gib mir eine Flasche jetzt. Dann hat er mich schon anteasert. Okay. Zelda! Schlaf mal nicht. Fein in den Kopf. Ähm. Kann ich die aufwecken? Like. Aufwachen. Wir müssen Hyrule retten. Okay. Zelda will nicht. Zelda verschläft einfach alles. Ist okay. So, was mit dir? Ich habe jemanden vor dem Dorf schlafend auf dem Boden gefunden und hergebracht. Wenn wir nur etwas Hibiskus tranken könnten wir. Ah. Ja, brauche ich wohl Hibiskus. Wie kriege ich Hibiskus? Na, du sagst nichts weiter. Okay. Ich will den Huhn nicht... Das... Das Huhn nicht schlagen. Kann ich hier irgendwas verschieben? Ein Friedhof, wo ich kein Grab verschieben kann? Achso, Moment. Das geht hier gar nicht. Achso. Achso, ist das ein Dungeon jetzt? Ja, komm. Let's go. Das fühlt sich an wie ein Dungeon. Vielleicht ein kleiner. Vielleicht geht es da nur um das Hibiskus-Denken. Keine Ahnung. Räumen wir uns einfach mal auf. So. Äh. Ist besser. Ah, da ist auf jeden Fall... Der Typ da wie in dem richtigen Dungeon. Okay. Boah, der geht ja ab. Dann hoffe ich, er hat auch wieder nur ein Style für mich. Okay. Sonst bin ich nett, wenn er keins hat. Oh, der war stark. Wie komme ich jetzt da rein? Ach, da. Eingang nicht gesehen. Er hat kein Herzteil für mich. Was ist das denn alles hier für Zeug? Ah, einen Schlüssel hat er. Ja, okay. Oh, dann habe ich hier einen Bossraum gesehen. Oh, hä? Die habe ich gerade gar nicht... Wait! Das ist fest jetzt, ne? Ne, hier ist das. Langschwert. Greif über Zweifel. Nehme ich. Gib mir das. Ja, wo ist das? Wo kommt denn der Fels jetzt her? Ähm... Das wäre echt noch mal knapp geworden. Wir hätten fast einen Tank gebraucht. Aber es geht auch ohne Trank. Ach so! Ja, Mist. Jetzt habe ich doch einen gebraucht. Ich habe die Truhe nicht gesehen. Die Gegner spawnt. Ja. Blöd. Blöd, blöd. Ich kriege einen Schlüssel. Aber nice, jetzt haben wir das Schwert. Das ist mir fast lieber als der Speer, glaube ich. Weil es macht von der Reichweite her das gleiche wie der Speer. Aber greift dann auch noch in der... In der... In der... In der Dings an. Was ist das denn? Was macht der Schalter da? Ach, was auch. Was ist das denn? Hibiskus-Trank! Nice! Du hast den Hibiskus-Trank erhalten. Mit ihm kannst du einen gewissen Schläfer aufwecken. Oder eine gewisse Schläferin. Okay, ist hier noch irgendwas zu tun? Ich werde auf jeden Fall hier nicht rausgeschickt. Ich muss wohl selber rausgehen. Aber hier sind jetzt auch nirgends wohl der Gegner. Wett hier nach hinten. Geht's doch. Boah, ich bin ein bisschen... Eingekerkert. Alles egal. Immer noch Gegner irgendwo. Was tun diese Dinge hier? Ich weiß es nicht. Also hier unten sind aber keine Gegner mehr, oder? Hier geht... Doch da! Weg ist er. Hier sind aber definitiv keine Gegner mehr. Okay. Okay. Ist da auch wieder so ein Spawn-Fiech? Jetzt ist Ruhe. So. Unfassbar. Gut, ich habe den Hibiskus-Trank. Zelda! Wake up! Link, bist du das? Was mache ich hier? Es war so dieser Musikant, Octavo. Lass uns ihn gemeinsam zur Rechenschaft ziehen. Zelda ist erwacht. Sie ist die Prinzessin von Hyron und Trägerin des Trifors der Weisheit. Du kannst an jedem Schicker-Stein die Charaktere wechseln. Ausgeschlafen. Ja, Mensch. Das heißt, hier würde man wahrscheinlich starten, wenn man Zelda spielt, ja? So, was kann Zelda? Die meisten Waffen und Items verwenden. Mit Nairos Umarmung kann sie sich vor Angriffen verteidigen und mit Ditz vor Infernung weit entfernt die Gegner angreifen. Aha. Hat sie dann... Okay. Aber wie setzt sie das... Achso, mit L und R setzt sie das ein. Ah, das schickt sie ein... Oh. Das kann überall hin. Das ist ja ein cooles Ding. Oh. Oh mein Gott. Mit einem einzigen Angriff habe ich alle Hühner. so und wie sieht das andere ding aus gebraucht und verbraucht alles energie und krams wir 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 wechseln interessant aber interessanter charakter jetzt hätte ich allerdings gerne energie wir haben ja noch den tag ja dann können wir auch also dann haben wir jetzt auf der karte nur um das kurz zu verstehen das hier ist kakariko und hier ist ein groß und ein herz teil so erst mal den geholt aber der kann mich gar nichts mehr so ich habe gerade ein bisschen blutnuss verloren aber ist ok wo ist jetzt noch ein gegner ach da unten äh ok aber wo ist jetzt der boss hey ist nirgendwo was zum sprengen bin ich nicht in dem raum mit dem hä war hier nicht ein boss ach so das war der das war der ding das war der 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 war auf der oberwelt diesmal sozusagen der boss das war der 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 hier weißt du schon ne der war das ich komme halt nicht auf den namen gerade ich kann gut werfen der kann ich nicht aufeinander werfen hä wieso schiebt es den denn einfach jetzt weiter ach das geht so na gut das bringt mir alles nix ach das war der äh leune der war der boss sonst ist hier nix weiter da waren wir schon dann da sind noch zwei woße da sind zwei runter aber erst mal hier die truhe holen da sind Ah, quatsch! Ah! Okay. Aber was ich, glaube ich, mit dem Schwert nicht... mit dem Schild nicht... mit dem Schwert nicht gemacht habe, ist die... Letzter hochkommen! Komm her! Äh, äh... Das war jetzt nicht das, was ich mit dem Toh kommen gedacht hatte. Äh, okay, aber den kann ich auch so trinken. Äh... Oh, ich muss aber überhaupt an den auch nochmal rankommen hier. Oh, Mensch... Äh... Kommt jetzt überhaupt noch raus? Du kannst sagen, den kann ich ja so trinken. Kann ich nicht. Ich hab... Quatsch gemacht. Das ist nicht gut. Das läuft nicht gut. Komm her. So, den muss ich jetzt aber gut werfen, sonst hab ich verhauen alles. Genau da. Oder auch nicht. Hm... Also eins davor. So. Jetzt machen wir erst den weg. Wir gehen an den ran. Pfeil und Bogen. Jetzt brauchen wir den da unten noch. Loll. Das war ziemlich dumm alles, was ich hier gespielt habe, aber ist egal. Aha. So. Das war das. Aber ich komm da ja nicht runter. Also hier, hier komm ich nicht. Ach Käse, wie komm ich denn dann da hin? Von da vielleicht. Hier rüber, sowas oder sowas. Keine Ahnung. Äh... Ist ja doof. Oder komm ich hier einfach einmal quer rum? Ja! Das ging. Komm Ritter, mach dich weg. Oh... Einfach weg mit dem ganzen Quatsch. So, ist in dem Abschnitt jetzt irgendwas? Da ist irgendwo eine Höhle. Ich sehe die Höhle. Aber keine wichtige Höhle anscheinend. Wir wären trotzdem mal ein Burscht. Einfach mal ein bisschen reinröseln. So. Gut. Wow. Beste Höhle der EU. Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. Dann. Nach unten geht es nicht. Vielleicht geht es da runter. Nee, geht es auch nicht runter. Ist hier irgendwas Wichtiges außer die Truhe? Nein. Aber ich wollte heute da runter, wollte ich eigentlich. Aber da ist noch so eine Deku-Nuss. Also da einmal nach rechts zur Deku-Nuss können wir machen. Aber das hält so nicht mehr. So. Aber einmal nach rechts zur Deku-Nuss. Mehr noch nach rechts. Bin ich denn doof? So, da ist die Deko-Nuss. Dankeschön, da ist die Truhe. Können wir mal mitnehmen, wir haben grad eh keinen Ring. Und den Dings haben wir anscheinend schon gemacht, weil der ist gar nicht auf der Karte. Ach, das ist ein Laden. Oh yes, endlich mal ne gute Truhe bei dem Typen. Meine Güte. Nice. So, ich wollt aber da unten, ich wollt hier die zwei Bosse, wollte ich eigentlich noch abwurschteln. Jetzt kommen wir rüber. Oh, der Boss ist direkt auf dem Map. Okay. Auch da also wieder. Wie schießt der mit den Lohnen? Wie schießt der mit den Lohnen? Wie schießt der mit den Lohnen? Oh ja, hi! Das interessiert mich alles nicht. Autogramm, ja, das nützt mir ja alles nichts. Ich wollte eigentlich ne vernünftige Belohnen. Autogramm ist im Übrigen ziemlich doof, weil man da einfach wirklich Autogramm nimmt. Nicht so meins. Und das Schwert ist meins. Weil ich glaube echt... Oh, hier sind noch mehr von denen. Ich wollt grad sagen, ich glaube mit dem Speer hat's die Gegner nicht zurückgedrückt, kann das sein? Fügt Gegnern? Es steht halt hier nichts, dad. Oh Gott. Oh, wir f' mal die Bombe hier hin, dann bin ich... Ich weiß mir das nicht. Hier, wirf die Bombe hier hin. Oh mein Gott, bist du blöd? Was kannst du überhaupt? Dankeschön. Was ist das für ne große Ebene? Das ist voll der große Baum. Oh. Da ist das Seku-Ding. Oh. Oh, und hier gibt's, hier gibt's, hier gibt's ne Truhe die ich möchte. Eine Truhe die ich gerne möchte. Ach so, Moment. Mach mal einfach so. Yay, der Feuerstab. Sehr schön. Setz dich zwar genauso wie den Eisstab wahrscheinlich nicht ein, aber was soll's. So. Dann haben wir die zwei Bosse hier auch erledigt. Nice. Da drin gibt's noch ne Dekonuss, da können wir uns gleich noch eine holen. Okay. Da hat's noch ne Truhe, aber die wird nicht wichtig sein. Ja gut, ich kann neue Stiefel gebrauchen. Aber ist jetzt nichts, was hier irgendwie sensationell krass war. Ach so. Okay. Stimmt, ich kann ja noch nicht schwimmen. Wann lerne ich das denn eigentlich? Naja, vielleicht hat das was zu dem Zora zu tun, den wir aufwecken müssen. Nein, will ich nicht. So, holen wir uns noch die Dekonuss hier drüben. Wo ist er? Da. Ich bin halt grade im, also ne, ich bin eigentlich im Moment so in dem Modus einfach nur durch vorstellt. Völlig egal wie. Wir können auch nicht mehr sterben, es geht gar nicht mehr. Weil ich halt nicht so doof bin und ohne Tränke durch die Gegend laufe. Ich werde immer mit Tränken durch die Gegend laufen und dann entsprechend haben wir da auch überhaupt kein Problem. Ups. So. Eispfeile! Ich hab jetzt gar nicht geguckt, ob da ein Boss eingezeichnet war auf der Karte. Ich hab jetzt echt nicht geguckt, jetzt ist er natürlich nicht mehr drauf, falls er drauf war. Hä? Scheiße. War das hier ein Bossraum? Ich glaub das war hier ein Bossraum, ne? Müsste ja. Ich mein, das war ja nur mein Boss. Guck mal hier oben ist noch ne, ne, ne Treppe und Dings und Dings. Gehen wir da mal hin. Ah ja. Ah ja. Das räumen wir auf jeden Fall noch auf. Bäm! Bäm! So, da hinten sind noch Gegner. Und tschüss. Und tschüss. So, gehen wir in die Höhle rein. Wir freuen uns ne Runde. Tschüss. 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 acey. Tschüss. 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 Ah ja. Irgendwas sagt mir, dass ich hier gar nicht so einfach an die Truve rankomme. Ich muss die kaputt sprengen, ja? So, jetzt kriege ich das ins Gesicht. Ah, ich kann es ziehen. Ja, dann ist jetzt ja klar. Dann ist der Rest jetzt okay. Bessere Enterhaken. Aha. Habe ich nie eingesetzt. Ich setze die ganzen Sachen nie ein. Das ist furchtbar. Hauptsache haben. So, ein Item kriege ich noch im nächsten Dungeon. Drei fehlen aber immer noch. Ha. Hier fehlt noch ein Schlüssel-Item. Das werden wohl die Schwimmflossen sein. Ach, das werde ich bei dem Zora bekommen wahrscheinlich. Ach, Mensch. Aber so langsam füllt sich alles. Gut, hier haben wir noch einen Boss. Der könnte noch ein Item sein. Hier haben wir noch einen Boss. Der könnte noch ein Item sein. Hier ist ja sowieso noch ein Dungeon. Hier ist der Schluss-Dungeon. Da ist aber auch noch ein Boss. Ja, das könnte schon noch einiges Zeug sein, was wir ausgelassen haben. Und jetzt ist hier wieder ein Boss-Dings aufgetaucht, weil da der Leune ist. Aber der Leune interessiert uns nicht. Ich verstehe schon. Das heißt, hier tauchen die dann auch wieder auf, ja? Okay. Meinetwegen. Dann schließen wir an der Stelle aber mal ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss.